Mein Name ist Christine Göppe, ich bin Heilerziehungspflegerin hier und betreue die Jugendlichen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Die hatten anfangs oft Schwierigkeiten Kontakte zu knüpfen und wir hatten uns dann was überlegt. Beachvolleyball wäre doch was ganz Tolles. Wenn alle Jugendlichen zusammen spielen, ob Jungs oder Mädchen, da spielt die Sprache keine große Rolle und es hat geklappt. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die ein Megalose haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 6 9, 1000 Euro fallen auf die 6 7 8 5, 10.000 Euro auf die 8 5 8 3 3, 100.000 Euro auf die 5 7 2 3 4 7 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5 4 5 7 8 5 0. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.